Hallo. 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 Alles Schweine, ja? Außer Mutti. Außer Mutti. Ich bin auch voll nett, ja. Du bist Obermongo vorm Herrn. Nein. Ich hab doch gerade gesagt, alles Schweine außer Mutti. Wie kann doch meine Mutti ein Mongo sein? Es ist kein Schwein, aber ein Mongo. Wow. Wow, willst du deine kleinen Mongoloiden beteiligen? Ja, nur weil Sascha von Mongoloiden abstammt, oder was? Alles klar. Ist Amy überhaupt noch da? Die war eben gerade in ihrer Base rumgelaufen, aber die quatscht überhaupt nicht mehr. Ja, sorry. Alter, wieder Strom ab. Soll ich dir den Nullproduktsatz nochmal erklären? Dann musst du ja dauernd wegschmeißen. Was? Erklär doch mal, Amy. Nullproduktsatz wegwerfen. Erklär jetzt, Amy. Ja, sorry, warte kurz. Ich wollte gerade meine Hühner für dann. Erklär das den Jungs, die hier zuschauen. Nullproduktsatz. Und zwar ist es... Nicht vorlesen. Nein, 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 nein. Mach ich auch nicht. Das ist so eine Sonderformel. Und zwar, damit man Lösungen eben rausbekommt. Und man will ja die Nullstellen von so einer coolen Funktion und von so einer Gleichung eben herausfinden. Und da kann man eine Nullproduktsatz anwenden, indem man x heraushebt. Und wenn x null ist, dann ist das ganze Ergebnis gleich null. Und das bedeutet, dass eine Nullstelle auf jeden Fall null ist. Ich bin jetzt ganz gut eingeschlafen. Okay. Warum setzt man nicht einfach in die Gleichung null ein und guckt, was kommt? Frag mich nicht, frag mal einen Lehrer. Ist doch um eine deiner Pumpen pumpen nicht, warum nicht? Ja, weil man da Kohle reinlegen muss. Kohle, 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 Kohle. Es ist trotzdem effizienter, wenn ich die anmache, als die anderen bei den Drecksdingern. Jo. Was hast du hier? Ein Kompressor? Nichts Neues. Ja, ich war schon lange nicht mehr hier, du. Damals hattest du den Kram noch nicht. Achso, leider. Das Neueste ist eigentlich die Power-Table, wo du da bist. Oh, du, leider. Ich dachte, die hat's mal... Da kann ich Mark mal herstellen. Wenn ich Netersteine reindecke oder so. Ach Katze, guck mal her. Netersteine rein. Du kannst bei mir gerne Tinkern, dann sollst du es nicht. Katze. Tinkerskurra. Kurra. Du hast hier dein eigenes Dingskirchen, hier, äh, Portal-Netzwerk aufgebaut. Nee, ich wollte, das sollte eine Untergrundlinie zu Amy sein, werden. Jo. Das Mattenhaus. So, Malek ist mir wieder zu weit weg, da hab ich keinen Bock hinzulaufen. Damit kann ich leben. Das ist die Frage, was machen wir jetzt noch. Du bist aber unkreativ, Sascha. Ja, das wird so. Und so einem Menschen hab ich meinen Stein gegeben. Ich glaub, ich baue mir Goldkabel. Einfach so? Jo. Mach ich auch ganz gerne so in meiner Freizeit oder so, oder? Ist langweilig, baue ich mir mal ein paar Goldkabel. Jo. Jo. Ich müsste sogar noch welche haben eigentlich. Genau. Oh ja, tatsächlich hab ich noch Goldkabel. Schön. Gönn dir. Ist doch schön für dich. Kann halt erst weitermachen, wenn ich das scheiß Ding gebaut hab. Ist nicht so schön für dich. Den scheiß Dings? Ja. Aber das war überhaupt nicht clever, dass... Ich hab jetzt Goldkabel gebraucht. Du Goldkabel. Fancy. Fancy. Richtig fancy boy. Da ist noch das Loch in der Mauer, das Amy nicht zugemacht hat. Ja, ich hab ja kein... Vor allem sind da auch noch wieder Schilder drin. Ganz witzig. Nicht ganz witzig. Das wissen wir, Amy. Das wissen wir. Ist das schön, dass wir das wissen? Ja, wir kriegen's. Weil irgendwo über meiner Butze stehen auch überall Mathe Schilde. Bei mir auch. Ich hab alle abgebaut. In meinem Lager steht Mathe Haus. Wow. Und in meinem Haus sind drei Gleichungen und Mathe ist scheiße. Aber Mathe ist voll cool. Ah ja. Liebe Kinder. Mathe ist toll. Glaubt mir. Ich lüge nicht. Seht, was aus Ästhetik geworden ist. Nichts. Ich bin ein sehr hart arbeitender Student geworden. Herr Mathe? Hart arbeitender Student. Ja. Nicht. Jeder Student nimmt doch immer seine Chefkonsole mit ins Studium. Wer macht so'n Scheiß, ey? Du. Das ist ja ne Lüge, was? Das kannst du nicht beweiden. Ich hab überlegt, ob ich mal meine Vorlesungen alle hochladen soll auf YouTube. Alter. Kriegst du da nicht Ärger? Muss ja der Lehrer erstmal rausfinden. Ach so. Ja. Von wem die sind oder was? Ja. Auch. Auch? Ja, auch. Was denn noch? Oh, ups. Ja, den musst du ja erstmal finden. Ah. Was denn Lehrer? Krieg hier nur nen Button raus. Ah, hier. Ja. So, jetzt brauche ich noch vier Hosen. Jetzt hab ich nicht genug Eisenschön. Warum hab ich denn hier jetzt schon wieder Scheiße gebaut? Was? Was? Das passt doch alles nicht. Das heißt doch, was soll denn das? Das habe ich nicht verstellt. Das ist eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht. Danke. Hat nichts Klo. Toni, hast du Kohle üblich? Ähh. How about no? Was jetzt passiert ist, ist... Gut. Nein. Ist gut. Ist jetzt nicht explodiert, oder? Nein. Der Reaktor ist in die Luft geflogen. Es ist jetzt nicht explodiert, Toni. Doch. Bitte nicht. Doch. Jawoll. Wie sieht das Ganze denn aus? Der Reaktor ist in die Luft geflogen. Nein. Welcher Reaktor? Der Reaktor. Nein. Alter. LOL. Alles klar. Es gibt noch was lustiges zu sehen heute. Alter. Ich komm vorbei. Ich hab noch 14 Minuten on my way. Ich muss den Kater sehen. Ach. Tatsächlich ist größtenteils nur der Reaktorraum weg. Oh. Das ist doch voll öde, ey. Und zwei... Nee. Sonst eigentlich nichts wichtiges. Egal. Bau es nicht auf. Und darum, liebe Kinder, spielt sich ja nicht mit Nukleareaktoren. Ich muss kurz... Ist das jetzt in Radiation? Ich hab gerade... Nö. Kein Wann irgendwie dahin zu gehen. Wann eigentlich mal bei der Explosion? Nein, ich eigentlich nicht schlafen gehen. Nee, wieder. Das passiert mir auch öfters, ich will wo hingehen und plötzlich schlafe ich alles. Ich weiß aber warum. Also alles... Das passiert nicht doch mal. Ich fahr jetzt zu weg, Daniels. Genau so. Ja, dann machen wir mal wieder die Wand auf hier. Nein, warte. Ich bin noch auf dem Weg. Ich brauch noch 500 Meter. Nee. Wie kannst du nur? Oh nein, wie kann ich nur? Lass die Zombies rein. Oh, Zombies rein. Zombies rein. Ja, kommt hier rein, Juss. Aua. Warum? Oh, nein. Mit der Axt. Oh ja. Axt, doch. Hast du den Krater gesehen in dem Spiel, oder warum ist das so schlimm? Nö. Das ist dein Krater. Okay. Das ist der Krater. Ich glaub ich brauche nicht aus der Bombenbombe. Und jetzt weiß ich auch, warum ich mir den nuklearen Axt nicht bauen werde. Ich hätte gedacht, der Krater ist größer tatsächlich. Nee, das passiert dir im Normalfall auch nicht, außer du bist so inkompetiert. Du hättest doch auch nur eine Zelle drin, oder nicht? Nee, ich hab ne doppelte reingepackt. Ja, guck. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du halt so... Ein letztes Mal am Ende noch bumsen. Alles klar. Und dann meint sich die Schwarzproduktion an. Die Schwarzproduktion. Die Schwarzproduktion. Die Schwarzproduktion. Nee. Die Schwarzproduktion. Die Produktion der Schwarzen. Ah. Okay. Alles klar. Erst mal Rassismus fördern. Rassismus? Ja. Ist es nicht Rassismus, wenn du aus solchen Aussagen erschließt, dass ich rassistisch... Alter! Ich bin gleich da Sonic, ich helfe dir gleich. So viele Zombies. Ja, ich bin sofort da. Aesthetic ist links neben mir. Ne, das ist Stormblade. Ja, das ist Stormblade. Hi. Hi. Mein Scheiß. Das soll ich zombie als Jetpack an. Hilf mir mal bitte. Storm. Ich habe keine Waffe dabei. Ja, warte. Ich bin sofort da. Ich habe alles abgelegt, weil ich Angst hatte zu sterben. Das ist ein Radioaktiv. Ding. On my way. Ja. Ja. Na ja. Na ja. Das weiß ich eigentlich funktioniert. Ist aber leer. Das Jetpack war. Und jetzt weiß es auch, wie es nicht funktioniert. Es sind noch ein paar Spinnen und irgendjemand ist gerade hinter der Mauer gelandet. Ah. Bist du dich? Hallo. Ich habe mich blöd gelaufen. Ey. Immerhin steht die MFE noch. Oder was das da ist. Ist das ein MFE? Ne, das wichtige Ding steht. Ne, der Transformer. Ja. Wir wohnen da hinten auf dem Wasser. Ja. Kohle. Was ist denn das denn? Die Ärzte. Oh, das Wasserboot hat. Nein, das ist Robert. Ja, ja, ja. Du mich auch extra nicht abgebaut. Ja, ja, ja. Das ist sogar ein Teil von dem Weich weggefest. Der Kupfer ist das Hauptbestandteil von dieser Reaktorscheiße. Ich weiß. Bei mir auch. Was hast du denn hier Schönes? Gut, dass ich gerade all meinen Kupfer verbrauche. Das sollte eine automatische Ofen werden. Was ist hier unten? Ich weiß Gold. Hier ist doch noch Stein drin. Free XP. Hey. Du hast noch Strom in mir. Ich brauch wie langsam wieder Level 30. Ich will wieder verzaubern. Ich hab noch, also eine MFE. Was ist hier unten? Das hab ich noch voll eigentlich. Boah, ne, hab ich nicht. Hab ich hier irgendwie drunter? Ich will mir das ansehen. Ja, ich boah. Wenn du dich hier runterbrust. Ich bin schon. Ich brauch nicht Brudel. Hab schon gesehen. Ja, ist langweilig. Ah, boring. Funktioniert das wenigstens hier noch? Noch ein bisschen weiter? Ne, weil der Rest noch da ist funktioniert, ja. Deine Falle. Da war noch was dran. Achso. Dann einfach nur Grrrr gemacht. Ne, das war was andere. Ja. Noch ein bisschen weiter und jetzt ist Rohr vielleicht noch mit die Luft geerbt. Ja, das wäre witzig geworden. Ja. Hätte ich auch gefunden. Jo. Jo. Boah. Gut. Ja, finde ich, dass es kaputt ist, sondern bloß diese Crafting-Scheiße. Das sind Zombien in der Haus. Oh. Das ist ja auch nicht so schwierig, jetzt hier reinzukommen. Das ist richtig. Ich meine, die ganze Hinterseite noch mehr im Haus ist offen. Und die ganze Mauer hinten ist weggesprengt. Ja, schön. klingt sehr unterhaltsam durchaus wenn du das sehen würdest und wenn du es vorher mal gesehen hättest ein wunderschöner Anblick dann musst du hier herkommen es ist worth es ist ja ich bin aber ein bisschen verwundert über die Schadensausbreite quasi wie ganz viele kleine einzelne Block-TNTs waren so kann ich aber einfach ohne dass ich an Radioaktivität sterbe hier ist nix es stirbt keiner ja ne wir können hier rumlaufen nur das Ding ist bis du hier bist ist vermutlich alles schon wieder aufgebaut beziehungsweise nix mehr groß erkennbar ja er baut nur seine Funde wieder auf es dauert 100 Meter vielmehr war hier ja eh noch nicht zum Glück naja die ganze Bauer eh ist Wasser okay und bis zum Ende ein Ausflug oh Aua Ausflug Leute was hat er gemacht Sascha Strom im Jetpack hängen leer mit ner Flugs Gott sei Dank war das nicht in zu großer Höhe ja ich muss mir mal Aua Aua du kannst nicht fliegen scheiße Arschloch Robert ich glaube mir ein bisschen Strom von dir scheiße du hast keinen Strom Storm hat ja auch nichts komm mal her ne ich hab nix mitgenommen ich hab nichts ich lass dir auch Kohle im Gegenwert dafür da Robert ich will den Krater sehen den Krater macht Theater Aua du hau mich denn immer an wenn er nen Krater ja vielleicht weil du uns haust ja aber doch nur Samt in meiner Faust streiche dich du hast mich gerade mit deinem Smaragdschwert geschaffen das ist kein Smaragdschwert du Kasper das ist grün ich hab kein Schwer mitgenommen ja es ist so viel Schwer es war ne Axt ne Axt egal mach doch keinen Schaden ach Robert warum machst du das mit Holzkohle da kann ich gar keine Kohle nachpacken tu sie mir in die Kiste ja war ich okay da ist was explodiert das war ich alles gut ich kam nur den Rift leer den Robert hier vor der Tür hat den Rift ja danke den wollte ich dann vor so ja ja wie immer alle wer zu spät kommt wer zu spät kommt mailt zuletzt ja was so du musst halt schneller zeichnen nein Creepermann du gehst weg böse Creepermann dich töten leider man findet so selten dieses komische gut gemacht Kupfer dadurch dass man immer auf tieferen Ebenen buddelt ja das ist wahr ja dann legt jemand deine Tür ein ja das macht jetzt auch nix mal an ja das macht jetzt auch nix mal an du mir echt leid ich find das wirklich doof ich hatte ja gedacht das ist schlimmer wenn ich ehrlich bin also dass dein ganzes Haus dann in die Luft also ich hab auch gehofft dass es schlimmer ist wie kann das damit es erschwingen ich hab doch genug gesagt warum es passiert ist falls du mir zugehört hättest einfach nur weil ich eine zweite Zelle also eine Doppelzelle reingefacht aber die hat halt mehr als die doppelte Power das ist halt der Widerspruch den ich nicht gewusst habe und ja hab ich dir irgendwie helfen da wird es rumgemacht nö ich kann eine Spende da lassen versuch uns ein Pfeil ich hab doch dich nicht unterhalten ich hab mir einen Lever wenn du einen brauchst Robert ich hab mir noch einen Tweetab wenn du einen brauchst Slime hab ich Lever ein Cobblestone ein Cobblestone das weiß ich nicht so ich hab dir 16 Kohle da reingepackt noch mehr Cobblestone ich glaube ich hab dir nur 5 oder so weggenommen aber es ist in Ordnung das ist mir ja egal danke für das Cobblestone ich kann den Fans da lassen hier das war doch ein Flash oh cool ich kann hier einen Robert das brauch ich hin das sind Dreck da willst du nicht so viel schmerzen ne oh warte wir schenken Sonic Stuff ok warte ich schenk mit Alter ich hab leider nichts leider nichts dabei aber ich hab nichts ja warte du bist halt armer Bauer jetzt sorry hier komm ich schenk oh schade ich hab kein Hühnchen rausbekommen für dich du bist so ne Eisenpick extra haben hier richtig arm Alter hier deine Fröte ist kaputt gesponsert von Amy was bei ihr Fackeln pff die nehmen aus äh das wird Sonic sehen ist deine Karotte ey ich hab was cooles ey wir brauchen zwei davon Hallo Leute ich seh schon ja müsst ihr alles was dip curt stein is ohohohohohohohohohohohohohohohoh sentiment o ich bin King was so was angedeckt was war mit dir Sascha Omen Buddhadus eh Ich weiß nicht, warum du dich dazu entschieden hast, das so umzubauen, aber ich glaube, wie denn deine Entscheidung kommt, Sonic? Ich glaube, ich gehe heim. Sag mal jetzt bei den ganzen Leveln immer. Äh, Sonic, hast du irgendwas zu essen? Ich habe nämlich nichts mehr zu essen. Verzogen. Ja, stimmt. Weiß nicht, ey. Was, dein Boden? Das Karotten? Das Karotten? Oh, ja. Und wieder meine Kohleöfen raus. So, ich gehe Karotten klauen. Was geht das? Hab ich nicht, ich habe eine abgebaut und neu angeflossen. Der Drive Clown. Der ist 3. Verdammt, ich bin süß. Du willst sie doch auf Mechanical Pick machen. Aber ich habe mal geschwunden. Ah, das ist was anderes. Das funktioniert so nicht. Warum sortiert eigentlich keiner von euch Kisten? Ich sortiere Kisten. Ich habe noch keinen Lagerraum, deswegen brauche ich sie noch nicht sortieren. Du hast kein Haus. Aber du kannst auch einfach bei einer Kisten oder so unter der Mauspaste drücken und dann ist alles sortiert. Ja. Achso, du wolltest Dings noch im Kopf haben, ne? Nein. Das schon. Ne, komm. Nein, ich will deinen Kopf nicht, Amy. Oha. Rejected. Ich brauche dich nicht als Trophäe. Hier, ich habe, warte, ich habe ein paar Stakes dabei. Äh. Warte, das hier Malekst. Hier, hinter dir. Malekst! Was? Oh, wow. Ja. Du kannst auch noch, wow. Hier, kriegst noch ein paar. Komm jetzt her. Ja. Scholl! Ja. Und hier. Für die Bedürftigen. Ich habe dir auch ein paar nette Nachrichten da gelassen. Achso. Direkt vor dir. Hallo, was geht? Alles klar soweit? Diese Bobblane. Ui, das war knapp. Jetzt habe ich keine mehr. Nur noch drei, zwei. Jetzt ist es aus. Bis bald. Und dann habe ich noch eins gefunden und habe hier oben noch eins hingegangen. Oh, wow, ey. Nein. So, genau so, genau so muss das sein. Da war's. Oh, mein Verwandtes. Das erste Mal. Ui, ich glaube nicht, dass es 700 Meter in zwei Minuten zurücklegen kann, aber egal. Ja. Da war er. Kann funktionieren. Ich frage, es ist nur zwei. Ja, das ist mir staunt. Also ich hätte echt gedacht, es macht größeres Bumm. Das ist ja echt ernüchternd. Ja, es hat schon groß genug Bumm gemacht. Aber es ist nichts wichtiges kaputtgegangen außer halt der Reaktor selber. Ja, das ist das Traurige. Die Mutter ist traurig. Dass dem Meer kaputt gehen kann. Die Mutter ist auch traurig, weil da einfach auch nicht so viel kaputt gegangen ist. Ist halt echt so. Ich finde es echt schade, dass es kaputt gelungen ist, Sonne. Weiß ich, irgendwie kann ich das nicht glauben. Weiß ja, wie viel Mühe du dir damit gegeben hast. Und die Tröte vor allen Dingen. Ja, die war lüchter. Die Tröte. Die Tröte war cool. Ja, die Tröte war super. Kannst du dir nie an die Hitze von dem Reaktor koppeln? Genau. Dann bräuchten wir wieder einen Mod und der ist enttäuscht nicht drin. Ja, so zumindest ein Leidwerk ist Leid. Richtig. Ja. 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 Ich werde da mitten am Weg dann die Folge beenden. Das ist dann auch doof. Nein, ich vergesse das zum Reaktor. Ich wollte Schere. 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 Das wird schlecht. Aber so wird das halt echt riesig. Das Haus. Ja. Ja. Das fällt halt noch. Ja. Ästhetik. Weitere mal deines Amtes. Ist es schon so weit? Ja. Durchaus. Okay. Liebe Menschen. Das war eine schöne Ende. Ja. Sehr schön. Mit Sonic's Explosion. Ich finde, sie sollte jede Session enden. Vote sich dafür. Hier drunter fällt ihr ins Drawpoint. Ob sie jede Session Sonic über eine Boonie in die Luft jagen sollen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir geben uns größte Mühe, das so lustig und behindert wie möglich für euch zu gestalten. Auch wenn es einige da ein bisschen übertreiben und das Mars nicht kennen. Vor allem Zweiteres. Richtig. Deswegen macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir wieder coole Sachen. Tschüss. 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 Ich sag tschau. Tschüss.